Was war das denn? Attackiert? Naja, der will auch noch was vom Meisenschödel. Die hat noch gern noch was vom Meisenschödel. Ach, das ist ja ein Buntschmensch, Ingo. Hast du den mit drauf? Ja. 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 Was ist denn noch gern da? Oh, ist aber dicht. Hast du Angst, Oma? Bleibst du auch da weg? Was ist das? Was? Die Frau hat dich gesehen. Der ist auf uns. Der ist vor. Der kommt jetzt wieder. Der hat dich gesehen. Der ist auf uns. Was ist das? Schau mal!